Ok Leute, es geht los, der erste Kampf hier im Tournament. Und ja, ich bin gespannt Leute, es heißt Son Gohan gegen Hit. Son Gohan beginnt als Super Saiyajin 2 und Hit kämpft da jetzt Hit. Ja, ich glaube ich finde es sehr spannend Leute. Mewelife würde ich sagen, könnte es gleich stark sein, wenn wir davon ausgehen, dass Son Gohan halt ungefähr so stark ist wie beim Kampf gegen Cell Max, also ohne Beast Form. Obwohl Son Gohan war da ja schon nicht so richtig stark, weil er wurde ja immer schwächer, weil er nicht mehr trainiert hat, kommt drauf an, wie im Wüten er wird, mehr oder weniger. Ich glaube, dass Hit ein Ticken stärker sein kann. Hängt noch ein bisschen davon ab, wie viel stärker Hit geworden ist in der Zeit. Wissen wir ja auch nicht, kann ja auch sein, dass er auch deutlich stärker geworden ist in der Zeit. Und auf jeden Fall sehen wir, dass Son Gohan hier schon mal ein Vorteil ist. Son Gohan ist hier schon mal ein Vorteil, hat hier einen ganzen Balken schon mehr. Und hier nochmal gesagt Leute, für die, die das erste Video jetzt nicht geguckt haben, die Einleitung, die Informationen, die Regeln. Wir spielen ohne Zeit, wir kämpfen bis zum bitteren Ende, also bis einer gewonnen hat, werden wir hier kämpfen und natürlich Master 3, also wenn Son Gohan verliert, dann kommt der nächste Kampf, dann kämpft Son Gohan als Ultimate Son Gohan. Und wenn Hit verliert, dann kommt Hit einfach so weiter. Der Hit hat erkennt seine zweite Form leider. Aber jetzt gerade sehen wir, dass Hit den Kampf ganz hart gedreht hat. Unfassbar, gerade noch zwei Balken, okay, beide zwei Balken mittlerweile, aber ein bisschen mehr für Hit, also Hit ist ein bisschen ein Vorteil, aber jetzt kommt Son Gohan wieder mit dem kleinen Comeback. Ja, er ist ausgeglichen, wie ich schon gesagt habe in der Auslosung, es ist ein bisschen ausgeglichen, beide sehr ähnliche Kämpfer, also vom Style her, nicht von der Technik her, aber vom Style her, gerade wenn Ultimate Gohan kämpfen würde, finde ich die schon irgendwie ein bisschen ähnlich, die beiden. Ja, also er ist ausgeglichen, genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr, sehr nice. So, Hit jetzt voll aufgeladen, könnt ihr ein Ultimate finden? Macht er noch nicht? Ah, ist das ein Ultimate? Ich weiß gar nicht. Oh, ein Hit-Hit. Und Hit-Hit, Leute. Oh, Shit, das war's mit dem Gohan, glaube ich. Oh, Shit. Okay, das war's. Okay, der Sieger ist Hit. Hit gewinnt den ersten Kampf hier. Gohan verliert unfassbar mit der Ultimate, glaube ich. Und krass. Okay, Leute, es geht weiter. Der nächste Kampf, also der zweite Kampf von dem Best-of-3-Hit hat den ersten Kampf gewonnen. Und jetzt kämpft Ultimate Gohan gegen Hit. Mal gucken, ob, ja, Gohan nochmal zurückkommen kann. Also, wenn Hit jetzt gewinnt, dann ist, ähm, ja, Gohan raus. Crazy, oder? Dann ist Gohan schon raus und Hit eine Runde weiter. Also, Hit hat im ersten Kampf komplett nichts zerstört, aber mit der Ultimate dann zerstört. Ähm, da konnte Gohan nichts mehr machen. Aber jetzt Ultimate Gohan, Leute. Ähm, ich bin gespannt, Leute. Also, Gohan muss gewinnen. Jetzt wird spannend. Wenn ich, äh, oh, wieder. Also, war kein Ultimate. War aber in der, in der, äh, in der Attacke. Krass, okay, wieder. Also, Hit ist hier deutlich der stärkere Kämpfer aktuell. Gohan hat hier seine mächtigen Probleme. Kommt hier gar nicht raus, wie ihr seht. Kommt hier gar nicht raus. Ähm, das Kamiamiya auch direkt verschleudert, sag ich mal. Gar nicht gehittet. Ähm, ja, Gohan muss was machen. Er ist hier ein Hintertreffen, aber er ist noch nichts vorbei. Er ist noch nichts vorbei für ihn. Es geht weit. Oh, das Kamiamiya jetzt aber richtig reingedrückt. In Hit. Ähm, er kommt wieder. Er hat erst einen Vorteil, bitte weniger. Aber einen kleinen Vorteil. Ihr seht's ja in der HP-Leiste. Ähm, ja, aber er ist da. Er ist da, Leute. Er ist noch nicht over. Er ist noch nicht vorbei. Er muss jetzt hier gewinnen, Leute. Ich bin unparteiisch, Leute. Ich hab natürlich meinen Favoriten. Aber, ähm, ja, ich bin unparteiisch. Ich bin beide cool und... Oh, jetzt aber. Super Explosion. Wave. Oh, Hit it. Aber nicht viel. Aber, ey, Gohan ist hier im Vorteil. Könnte zum dritten Kampf werden. Und dann zum finalen Kampf. Viel in diesem Kampf. Ähm, okay. Maximum Rave war das, glaube ich. Reingedrückt von Hit. Ähm. Ja, Leute. Spannend. Spannend. Wieder so ein spannender Kampf, Leute. Wieder so ein spannender Kampf. So wollte ich das haben. Genau so wollte ich das haben, Leute. Oh. Und Hit lad auf. Hit will den Endstoß, glaube ich, setzen. Äh, okay. Das hittet nicht gerade. War schön gedacht, aber... Und jetzt kommt es zum Gohan, Leute. Der immer komplett rasiert. Hit hat noch seine Ultimate. Der kann... Oh, wieder... Wieder... Oh. Kann das hinten... Ich glaube, das ist die Ultimate, Leute. Oh, shit, Leute. Wie knapp. Okay, da hatte... Da hatte Gohan Glück. Der hatte die Super, äh... Explosion Wave gezündet hat. So, dass Hit die nicht, äh... Sein Ultimate nicht, äh... Reindrücken konnte. Crazy. Okay, Gohan könnte hier gewinnen. Es ist knapp, Leute. Es ist sehr knapp. Beide noch mit einem Balken. Hit noch ein bisschen weniger. Jetzt noch mit einem Balken. Einen... Einen halben Fass. Kami haben ja gut ausgewichtigt von Hit. Crazy. Sehr, sehr crazy. Und jetzt Hit noch mal mit Ultimate vielleicht. Könnt ihr jetzt entscheiden. Könnt ihr das Comeback noch reindrücken. Kami haben ja... Zündet und Hit gewinnt, äh... Gohan gewinnt, Leute. Unfassbar. Wir bekommen den dritten Kampf. Hit kämpft so weiter natürlich. Unfassbar. Unfassbar. Was ein Kampf hier oder was für ein Fight zwischen Son, Gohan und Hit oder gegen Hit. Wir sind im Best of Three im dritten Kampf, Leute. Der entscheidende Kampf, der jetzt hier gewinnt, kommt. Eine Runde weiter. Beide haben eine Runde gewonnen. Es war in den beiden Kämpfen nicht einmal klar, dass einer gewinnt. Es war mega knapp. Also mega ausgeglichene Kämpfe hier. So Gohan und Hit ungefähr gleich stark. Jetzt kommt es drauf an, Leute. Wer gewinnt, wie gesagt, kommt weiter. Und ein guter Start jetzt mal für Hit. Aber Gohan kann gut kontern hier mit der Super Wave wieder. Ja, so Gohan ist als Ultimate natürlich gut reingekommen. Hit muss so weiter kämpfen, wer ist. Konnte hier ein Comeback feiern. War hier schon im ersten Kampf gut abgeschrieben. Aber hat sich dann nochmal rausgekämpft hier aus dem Sumpf, sag ich mal. Und hat hier einen dritten Kampf verzwungen. Und das völlig verdient. Hat die Kamiamiha gut immer platziert, immer gut getroffen. Hit hatte seine Probleme. Wo man auch sagen muss, dass Hit hier seine Probleme hat. Oder dass Gohan Glück hatte, dass Hit seine Ultimate nicht reindrücken konnte. Dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber auch jetzt wieder sehen wir es. Gohan komplett im Vorteil. Ultimate Gohan zerstört hier. Hit aktuell relativ hardcore. Was mich krass verwundert. Hit hier mit großen Problemen. Der nur noch ein Balken hat. Oder zwei, sagen wir mal. Hey, Hit wird hier zerstört komplett aktuell. Unfassbar. Der dritte Kampf bisher sehr der einseitigste Kampf. Weil Hit hier nicht rauskommt. Aber Leute, das Kombeil kann schnell kommen. Das Kombeil kann schnell kommen. Das Kamiamiha ist jetzt nicht gehittet. Und hat jetzt nicht gehittet. Aber Leute, wir dürfen Hit nicht abschreiben. Denn es kann so schnell gehen. Hit ein bisschen verunsichert. Wie sieht es? Er kann nicht richtig mehr. Er kommt nicht mehr richtig rein. Er hat auch nicht mehr viele Antworten auf die schnellen Angriffe von Son Gohan. Hier zum Gohan. Ey, pusht weiter rein. Will das jetzt hier behalten. Und es sieht mega aus wie Son Gohan. Wenn er das noch verlieren sollte, dann hat er selbst Schuld. Also Son Gohan müsste das eigentlich gewinnen. Aber wie gesagt, Leute. Es kann immer ein Comeback geben. Aber im normalen Fall wird Gohan das gewinnen. Und er wird es gewinnen. Unfassbar. Son Gohan ist eine Runde weiter. Er hat das Comeback gestartet. Und auch geschafft. Ein unfassbarer erster Kampf, finde ich. Son Gohan gewinnt. Nach der ersten Niederlage. Kommt er nochmal zurück und zerstört Hit im dritten Kampf. Unfassbar eigentlich. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Aber Ultimate gewonnen hat dann geregelt. Es war heftig, Leute. Was für ein erster Kampf, oder? Hier in diesem Turnier. So habe ich mir das vorgestellt. So kann es weitergehen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wirklich. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, zu kommentieren. Weil es sehr, sehr spannend war. Ich hoffe, es geht so weiter, Leute. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge oder beim nächsten Kampf wieder mit dabei. Dann geht es weiter. Und ja, wir schauen mal, wer dann weiterkommt. Und wer dann der Gegner wird von Gohan. Das ist ja auch entscheidend. Wer dann der Gegner wird von Son Gohan. Leute, es wird heftig. Ich bin sehr gespannt. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Und dann, ciao, macht's gut.